Jetzt werden wir gemeinsam noch ein Problem lösen, was den Phasenwechsel von Materie betrifft. Es geht wieder um Wasser, aber diesmal wird es unsere Hirnzellen ein bisschen mehr beanspruchen. Nehmen wir an, wir haben 500 Gramm Wasser, und zwar flüssiges Wasser. Wir haben flüssiges Wasser bei 60 Grad Celsius. Mein Ziel ist, dieses Wasser jetzt abzukühlen, und zwar auf 0 Grad. Wie machen wir das? Und zwar, indem wir da Eis hineingeben. Und ich habe also eine Eismaschine, die Eis herstellt, und das Eis hat eine Temperatur von minus 10 Grad. Das Eis hat minus 10 Grad. Meine Frage ist jetzt, wie viel Eis brauche ich, oder wie viel Gramm, wie viel Gramm Eis brauche ich, um meine 500 Gramm Wasser? Also ich schmeiße das Eis in dieses 60 Grad heiße Wasser hinein und möchte das jetzt abkühlen auf 0 Grad. Und stellen wir uns einfach mal unseren großen Becher hier vor. Das ist der Becher. Und da habe ich jetzt eben mein 60 Grad warmes Wasser drin. Und jetzt schmeiße ich da einen großen Eisblock rein in mein Wasser. Was passiert jetzt? Dass die Hitze vom Wasser, die geht dann in das Eis hinein. Das Eis absorbiert quasi Hitze. Und letztendlich, was passiert? Ich entziehe dem heißen Wasser Wärme und das Eis nimmt die Wärme auf. Und letztendlich wird, das Eis kann ja niemals über 0 Grad sein. Und die Aufgabe vom Eis ist jetzt eben, die ganze Hitze aufzunehmen. Und natürlich wird es dann auch schmelzen. Aber wir wollen eben wissen, wie viel Eis brauchten wir eben, um das eben abzukühlen. Wir wollen also 500 Gramm flüssiges Wasser von 60 Grad auf 0 Grad bringen. Und das Ganze machen wir, indem wir Eis nehmen. Wir reden also um, jetzt reden wir erstmal um, über Temperaturänderung. Letztendlich die spezifische Hitze von Wasser, die schauen wir uns mal hier an. Das ist 4,178 Joule pro Gramm Kelvin. Und 4,178 ist die spezifische Hitze von Wasser. Joule pro Gramm mal Kelvin. Und das Ganze müssen wir natürlich mit dem Gewicht vom Wasser multiplizieren. Mal 500 Gramm. Und wenn ich das dann noch mit der Temperaturdifferenz multipliziere, dann weiß ich, welche Energie ich da brauche. Also wir nehmen hier wieder diese spezifische Hitze. Und die Temperaturdifferenz ist 60 Grad. Ich will das Wasser ja von 60 Grad auf 0 bringen. Also wir haben 500 Gramm von dem Wasser. Und ich habe 60 Grad Temperaturunterschied von 60 auf 0. Das ergibt es 4,178 mal 500 mal 60. Also eine Änderung von 60 Grad. Und das ist ja völlig egal. Das können 60 Grad Kelvin sein. Das können aber auch 60 Grad Celsius. Die Unterschiede sind ja gleich bei denen. Was kommt raus? 125.340 Joule. Und das ergibt 125.340 Joule. Das ist die Hitze oder die Energie, die ich brauche, um 500 Gramm Wasser von 60 Grad auf 0. Oder umgekehrt könnte ich auch sagen, das ist die Energie, die ich brauche, um Wasser von 0 auf 60 Grad aufzuheizen. Diese Energie brauche ich quasi, die muss ich dem Wasser entziehen, um es von 60 Grad auf 0 zu bringen. Und das ist letztendlich die Energie, die dann auch das Eis eben aufnehmen muss. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Wir haben also x Gramm von Eis. Das ist das Eis, was ich da reinschmeiße. Das Eis fängt ja bei minus 10 Grad an. Damit hole ich es aus der Eismaschine heraus. Und als erstes heizt sich nun das Eis von minus 10 Grad auf 0 Grad auf. Ich gehe also von minus 10 Grad auf 0 und die Hitze, die von dem Eis absorbiert wird, die entspricht der spezifischen Hitze des Eises. Und zwar, das ist das 2,05 Joule pro Gramm Kelvin mal der Menge des Eises. Und das wollen wir ja wissen. Also das ist die Variable x. Und mal der Temperaturänderung. Das ist eine 10 Grad Änderung von Grad. Also Kelvin oder eben in Celsius. Das mache ich hier einfach mal Kelvin. Und ich habe also, was habe ich für Einheiten? Joules geteilt durch Gramm mal Kelvin. Kelvin kürzt sich eben raus. x ist natürlich in Gramm. Dann kürzen sich auch die Gramm raus. und es bleiben nur Joule übrig. Und das ergibt also 2,05 mal 10. Macht also 20,5 Joule mal x. Mal x. Genau. Also 20,5 Joule mal x. Und x ist die Menge von Eis in Gramm. Jetzt kommt aber der entscheidende Trick. Jetzt ist es so, Oh, das Eis kann ja noch viel mehr Energie aufnehmen. Denkt mal an dieses Phasenwechseldiagramm. Es geht erst so und dann bleibt es hier so. In dem Moment, wo es schmilzt, ist es ja so, fangen ja die Wasserstoffbrückenbindungen aneinander an, sich aneinander vorbeizuschieben. Und diese Energie kann das Eis immer noch aufnehmen, ohne komplett zu schmelzen. Also wir haben 0 Grad Eis. Ups, ist das wieder passiert hier. Ich habe also 0 Grad Eis. Das übergeht in 0 Grad Wasser. Und die Hitze, die hier absorbiert ist, das ist die Fusions- oder die Schmelzhitze. Und die beträgt Hydrofusion 333,55 Joule pro Gramm. Mal der Menge von Gramm Eis, die ich habe. Okay. Also das Eis wird 333,55 Joule pro Gramm noch aufnehmen, in dem Moment, wo es sich von Eis in Wasser verwandelt. Also habe ich hier wieder 333,55 X. Also die Gesamtmenge, die das Eis absorbieren kann, ohne über 0 Grad zu gehen. Und wenn ich drüber hinausgehe, da steigt die Temperatur auch wieder. Aber das ist die gleiche Temperatur, die ich brauche, um Wasser auf 0 Grad zu bringen. Das Gleiche ist hier sozusagen die Energie, die Temperatur, bis eben das Eis bei, 0 Grad bleibt. Also die Absorptionshitze oder Energie ist 20,5 Joule. X ist die Menge von Eis in Gramm, die wir haben, plus die Energie, die ich sozusagen noch absorbieren kann, von 0 Grad Eis bis auf 0 Grad Wasser. Das sind unsere 333,55 X. Das ist die Gesamtmenge an Energie, die das Eis eben aufnehmen kann. Und jetzt ist es so, jetzt muss ja das Eis, diese ganzen 125.340 Joule aus dem Wasser da entnehmen, um das Wasser von 60 Grad auf 0 zu bringen. Also, das ist die, dass diese Energie muss diese hier sein, diese 125.000. Gibt also 125.340 Joule. Und jetzt machen wir einfach ein bisschen Algebra. Wir addieren das Ganze. 20,5 plus 333,55 ergibt 354,05 X. Ja, kontrollieren wir es nochmal, ob es auch stimmt. Jawohl, ich addiere es mal hier. 330 und 20 gibt 350. Jawohl, stimmt. Ergibt 125.340. Und jetzt löse ich nach X auf. 125.340 geteilt durch 354,05. Jetzt nehme ich wieder meinen Taschenrechner raus. Und den Taschenrechner, der sagt, 125.340 geteilt durch 354,05. Und das ergibt 354,01 Gramm, also ungefähr 354 Gramm. Ich glaube, ich nehme lieber ein bisschen mehr, nehme ich also 355 Gramm. Und die Antwort ist also, ich brauche also 354,02 Gramm Eis. Und das ist übrigens interessant. Ich hatte ja 500 Gramm von Wasser und ich dachte mir, das auf 0 Grad zu bringen, brauche ich eine Tonne Eis vielleicht. Und nein, ich brauche 354 Gramm. Also ich habe hier 500 Gramm von dem Wasser, also einen Pfund habe ich. Und ja, jetzt schmeiße ich da mein Eis rein. Das Eis aber nur, ich habe also quasi weniger Eis als Wasser. Das ist interessant, weil du denkst ja vielleicht, das Eis geht ja nur von minus 10 auf 0 Grad, aber das Wasser kommt ja von 60 Grad. Also ich muss es um 60 Grad abkühlen. Und was ist der Grund dafür? Das Eis kann unheimlich viel Energie absorbieren. Das ist vor allem potenzielle Energie. Und die meiste Energie ist quasi diese Fusionsenergie oder diese Schmelzenergie. Und du kannst ja 0 Grad kaltes Eis haben. Das kann immer noch eine ganze Menge Energie aufnehmen können. Ich hoffe, ihr fandet das wieder mal wieder sehr interessant.